6. September 2017, Gelände des Stasi-Krankenhauses in Berlin-Buch. Heute ist meine DJI-Drohne Phantom 4 Pro das zweite Mal vom Himmel gefallen, weil sich ohne erkennbaren Grund ein Propeller gelöst hat. Ich bin jetzt etwas verunsichert. Was ist, wenn jemand mein Vögelchen auf den Kopf fällt? Ist es besser, wenn ich in Zukunft mit Helm fliege? Das Fahrgestell der Drohne ist zerbrochen. Kosten belaufen sich auf 32 inklusive Versand ohne Montage.